Ich hab's schon angegessen. Okay, der dann drauf. Oh no. Ich geh auf Hauptnacht. Ich geh auf Hauptnacht. Ich seh nichts mehr. Die können beide auch nicht gehen. Ist krass. Ich glaub ich bin tot. Ein Ben. Nein, ich bin tot. Ich hab so scheiße gekämpft, Alter. Da müssen sich jetzt welche eingestaublen. Ich glaub Ben ist nicht tot. Wer echt? Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Genau, die sind nicht bei dir. Lauf weg. Ist down. Ich zieh noch gar nicht ab. Ich zieh noch gar nicht ab, Alter. Ach, Ben! Ja, ich hab die Jolie und Sterblichkeit. Ab innen. Ich hab Schärfe 5,5 Ben und Schwer. Oh mein Gott, Ben. Ich hab ein richtig gutes Schwer von denen. Ich weiß nicht, wer welchen Stunt hat. Ich hab gar nicht. Ben, ich hab so viel gute Stuff aufgesammelt. Jo 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 und Herzen kommt zu einer weiteren Folge Titan 2 und wir join'n. Ja, schön, dass du dich auch in den Studios. Mit Ben, entschuldigung. Ich bin übrigens auch da. Ja, ich bin... Hallo, ich bin am Spawnen. Die Board ist zu klein, Ben. Oh, fuck man. Komm doch nicht an das. Das meinte ich, das meinte ich. Wo bist du? Ach so, du bist nicht? Nein, ich bin nicht gepottet worden. Okay, dann komm ich runter. Ich bring den See runter. In dem See. Ich bin genau bei dem See. Ja genau da wo wir gesprochen sind. Achso ja ich wollte jetzt zu dir rennen. Nein da wurde gegen Hauptner gekämpft. Ja dann renne ich doch richtig. Ach Ben. Das ist ein anderer, es gibt zwei Sees. Ja klar gibt es zwei Seen. Und so. Wieso habe ich Sees gesagt, bin ich völlig dumm. Wahrscheinlich gibt es zwei Sees. Sees, was ist das für ein Wort Ben, ich weiß es nicht. Ich bin nervös. Ich bin so nervös. Das heißt Hauptner und so, wenn du sie wieder einloggst, sind sie auch anders geworden. Also Hauptner auf jeden Fall, weil Hauptner viel weiter weg gerannt ist. Okay, lass mal kurz checken. Ich habe eine Schärfe 4, Verbrennung, Blindness. Hast du eine Schärfe 5, Blindness, Schwert? So, zwei Mal. Warte, ich geh erst mal essen. Oh ne, ich habe einen Stack, ich habe einen Stack selber. Ich habe einen Power. Nimm du das mal noch. Ich habe einen Power 4-Bogen für mich. Echt? Für mich? Ja. 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 Pass auf, Hindermesel-Pyper. So, was hast du? Ich bräuchte Schutz 3 Helm, Schutz 3 Hose. Brauchst du eine Schutz 3 Hose? Ja. Ne, 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 ne. Schutz 3 Schuhe, Schutz 3 Helm. Und die Hälfte, die Hälfte. Ähm. Ich habe einen Schutz 3 Helm. Ja, dann gib mir den immer. Aber pass auf. Da vorne ist er, da vorne, da vorne, da vorne. Die sind noch im Speerabfeld. Okay, die kratten die Hälfte. Ey, was brauchst du noch? Äh, ich habe alles, glaube ich. Ich habe noch eine Schutz 4 Chestplate. Ja, ich habe aber Dorn. Ich habe noch einen Schutz 3 Titan Helm mit Atmung. So, ich... Warte, ich nehme den einfach schnell. Und greifen wir die an? So, äh, warte, ich will alles in Safer-Meter packen. Ich gucke kurz noch, ob ich irgendwo Platz habe noch fürs Dach. Da links von uns rettet noch jemand. Ich habe die Gold-App nicht bekommen. Aber ich habe die dir noch nicht gegeben. Hier. Ich gebe dir 3. Okay. Oh Gott. Da hinten ist, da hinten ist Bumstorgy. Ey, der ist gerade komplett in die Rüsten vorliegt. Die sagst du ja auch immer, dass wir Bumstorgy begegnen. Machen wir rund an London, ne? Okay, dann kämpfe ich jetzt gegen ihn, ne? Aber er hat voll, er hat aber guten Stuff gelegt. Ja, aber da hinten war halt Enyard und so auch, ne? Ich weiß nicht, ich habe gerade Bumstorgy gemacht. Okay. Kann der da jetzt eh nicht wissen? Auch nicht, dass die sich jetzt reinmischen kann. Ich bin, dass ich mit dem Boden klappe. Ich bin so nervös, ne? Ja. Ich weiß nicht, dass er das da hat. Normalerweise treffe ich so gut mit dem Bogen. Jetzt treffe ich gar nicht, Alter. So, da hinten sind einfach die anderen. Wo? Ne, ich bin das. Ja, da sind wir bei Kallen. Ich kenne mal die Zombies das irgendwie. Na, ich habe ihn. Okay, nice, Ben. Okay, der hatte Gold. Da haben wir nämlich keine Äpfel. Oh, der hat ja... Hä? Warte, sind die ja offen? What the fuck? Okay, JJ, JJ. JJ, ja. Wir haben ausgemacht, dass wir ein 1 gegen 1 machen. Also, deswegen habe ich jetzt hier nichts gemacht. Ja, das wäre... Ja, das wäre... Ich habe eine Deer-Shift-Shift-Blade. Die kann weg. Ich schütte zwei Titan nochmal. Chef für zwei, Chef für drei. Ich schütze drei Boots. Boots. Oh, hier liegt noch ein Rucksack. Der wäre nice zu haben. Der ist aber klein. Eine Shift-Blade, aber die ist eh nicht so gut wie die hier. Ich habe... Ich habe... Doch einen Gold-Appel habe ich gegessen. Ja, der ist schon gestorben. Da habe ich den Gold-Appel nach Zucato gegessen. Das war das bestimmt. Dann hast du jetzt die suchen, solange ich die Bonus-Herzen noch habe, ne? Okay, lass die suchen. Warte mal, ich will mal gerne noch... Ich will mal gerne noch meine... Warte mal kurz und... Halt mal bitte diese fucking nervene Monster direkt. Ähm... Kannst du mal kurz zumindest hier den Rückenfall halten? Ja, ich versuch's. So hier habe ich... Schutz zwei... Schutz drei... Da vorne sind die, da vorne sind die. Da kommen die. Ey, die sind da vorne. Die haben Verbrennung? Okay, Ben, komm. Komme. Also, ich trinke einen Feuerschutzdrang. Hast du noch einen? Nee. Ich habe aber... Okay, mehr für dich, glaube ich. Ja, warum nicht? Warte kurz. Warte kurz, bleib noch hier, bleib noch hier, bleib noch hier. Äh, hier noch einen Speed-Trunk. Nein, der Bonus-Herzen noch umzuhalten. Nimm den Speed-Trunk, dann gehen wir rauf. Okay, angehört. Okay, aber mit dem Boden... Oh Gott, warte. Okay, go. Ja, drauf, drauf. Ey, die haben keinen Schuh, Alter. Ja, mit Zitrin halt. Kommen wir bei meiner Seite. Ja. Einfach drauf. Ob Andy hat? Ja. Schlimmer, ein Goldafel. Die haben keinen Plan, nirg. Nee. Ich glaube, ihr habt die Familie in der Combo gehabt. Andy hat kassiert. Ja. Nice. Der ist tot. Der ist ein D-Apfel. Nee, den hätten wir so gerne bekommen. Den hätten wir gerne bekommen, ja. Ja, den hätte ich gerne. Oder wir. Nice. Der ist tot. Der hat den Apfel nicht mehr gegessen. Bluten. Dann ist so schnell. Ich habe sechs Goldäpfel wieder. Ja, Goldäpfel auch, nice. GG. Wo das Schwert. Ja, hier liegen noch D-Apfel. Die hatten richtig viele D-Apfel. Warte, ich nirg mal. Nice. Schärfe, viel Verbrennung, eins. Ich habe zwei D-Apfel. Warte, ich mach das hier. Schutz, drei. Chestnut nochmal. Okay, Ben. Komm mal hier. Gib dir. Hier ist nur ne Hose. Das brauchen wir nicht. Hä? Jetzt haben wir ja eh alle getötet, die jetzt immer. Aber warte mal. Lass sie mal verbrennen. Ja, ja. Da verbrennt das alles. Also, das ist nirg. Ich hab das. Warte, hier liegt noch ne Titanhose. Warte. Die nirg. Das liegt mir hin. Favo. JJ, Alter. JJ. So, wir haben Schutz. Das brauchen wir nicht. Schutz zwei brauchen wir auch nicht. Hier liegt auch noch ein Heming. Ich hab noch einen Amdos. Ich hab sieben Level. Ich könnte irgendwas zusammenlegen. Aber was? Schutz eins. Ja, okay. Ich verbrenne es jetzt. Ich hab nen Titan-Stärke. Ich hab nen Titan-Ball mit Stärke drei. Schärfe, vier Rückstoß. Eins war hier. Ein Schwert. Was hast du? Ich hab nen Titan-Ball mit Stärke drei. Und ich hab irgendwo auch noch die Pile. Ich weiß aber nicht, ob ich die, ey. Warte, ich kann die Schutz drei Plates zusammenlegen. Ich hab auch 13 Level fällt mir auf. Jetzt warte mal. Schutz sich eins. Ja, okay. Ey, ich guck noch schnell bei dem Stuff von Enyard. Ey, wo ist die Schutz drei Plates jetzt? Ja, hier ist auch nichts mehr. Hier hab ich mich grad verguckt. Okay. Ich glaub ich hab mich grad verguckt. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist nix mehr. Schuss zwei, Schuss zwei. Ich hab mich anscheinend grad verguckt. Äh, Schuss. Ach ne, hier ist er. Okay, ich hab's ne. Ich hab's schon gewundert. Ich guck jetzt schnell noch. Wie viele hast du acht Level? Acht Level? Ich hab äh, 13. Braucht ein Dreiviertel Level, dann könnte ich die Hosen. Willst du meine Hosen zusammenlegen? Oh Gott, ein Hase. Äh, ja. Okay, lass den spawnen gehen, die sind da locker. Warte, das macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Nein. Ja, hier. Ja, nice. Ich kann das Ding jetzt nicht, doch gar nicht. Brauchst du den noch? Ja, lass den spawnen. Ja, lass den spawnen. Über die... Äh, gibst du mir ein Deer ab? Ah ja, stimmt. Woll ich machen. Äh. Oh Gott. Ja, hier. Und wie viel Gold Level hast du noch? Ich hab fünf. Fünf? Ja, okay. Ich hab sechs. Okay, er hat's nicht geschafft. Ach doch, Enyoth hat's geschafft. Hä? Ja, wo wir dann längst über die Treppe. Ah ja, hier würde ich jetzt nicht hoch. Warte, wir dann wieder runterfallen und... Was ich jetzt nicht verstehe ist, mein Just und Freaks LP haben zugesagt, genauso wie gestern... Jetzt ist keiner hier, ja. Ich mein, ich würde jetzt nicht irgendwie was vermuten, aber sie haben gestern zugesagt, dass sie kommen, sind nicht gekommen. Okay, sie hatten Internetprobleme, aber dass sie heute haben sie wieder zugesagt und sie sind wieder nicht da. Sie haben safe zugesagt und vor allem irgendwie erst vor 20 Minuten oder so, also ich weiß nicht. Die haben gesagt, wir sollen kommen? Na, ne Ahnung, vielleicht kommen sie ja noch. Oder vielleicht haben sie sich halt gechillt rausgehalten. Ja, aber bringt ihnen halt nix, so. Ja, bringt ihnen so gesehen nix. Na, deren Entscheidung, was sie machen. Okay, aber mal gucken, was sie jetzt am Spawn-up treiben. Ich weiß gar nicht, dass sie nicht für Staff hatten. Sie hatten halt kein, 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 sie hatten schon guten Staffs, aber sie hatten kein, ähm, kein Blindness, ne? Ja, das war halt, das chillige. Und der Blindness weißt du halt nichts, Mann, das ist so OP, Alter. Deswegen waren wir auch so glücklich, dass wir das Schwert von, äh, Dings bekommen haben, von Weißweiß. Weil wir hätten sonst auch ne Einmal Blindness gehabt. Ja, sie sind da. Ja, was war das denn? Keine Ahnung. Wo sind sie, die Balls? Jetzt haben sie diese Unsichtbarkeit, wenn wir schmeißen uns so mit Schutzt, äh, mit Damage-Strecken. Warum? Ja, mein Inventar mal sortieren. Würde ich echt aufpassen, Ben, das ist gut sein. Wenn wir hier ausgelockt werden, dann loggen wir uns genau da ein, wo die Buddies sind. Also zumindest... Ne, ich war, ich bin komplett im Nether-Portal gespawnt. Achso, okay. Boah, wie das alles flackert dann. Ich hoffe, das flackert dann nicht so nervig in der Aufnahme. Wie viele Kills haben wir jetzt gemacht? Drei. Drei, ja. Das ist schon ne Menge, Alter, für eine Folge. Ich hoffe, die lassen sich jetzt ins Zuwürzen. Ja, im Main. Ähm, kannst du, hast du ein Feuerzeug? Ich hab'n Feuerzeuger, perfekt. Hast du mal Bedarf, dass keiner kommt? Ja. So, äh, Schutz-Zwei-Hosen, brauchen wir nicht. Ich kann... Ich seh' die hinter dir. Hinter dir. Lord. Ne, ne, warte mal, warte mal. Ich weiß, wie viel Goldblecke halt. Da kommt der andere. LHPVP oder so. Wohl hierher. Man? Hä, wir hätten uns die Dias lieber geben sollen. Nein. Anstatt deine Rützung raus. Lol. Lol, One-Hit. Er war einfach One-Hit. Jetzt haben wir ihn auch mal. Er will wegfliegen, Fabo, der Fallschirm. Er provoziert mich damit. Er weiß genau, dass ich mit dem Fallschirm gefeiert hab. Spätzchen. Okay, lass das alles aufsammeln. Äh, ich baue die Goldblöcke ab, man. Ja, Alter, die Goldblöcke übrigens. Oh, wow, der Rucksack wäre fast verbrannt. Alter, wie viel Goldblöcke haben die, Mann? Ja, wir könnten, naja, OP-Gold dafür ist nicht erlaubt. JJ auf jeden Fall an euch. Ja, die. JJ, Mann. Und auch am Boom-Stocking natürlich, JJ. Hier ist noch ein Backpack. Hier ist noch Gold. Ähm, meine Metall ist viel zu voll. Ja, meinst du auch. Lass mal vom Spawn wegfliegen. Hä, nein, lass doch hierbleiben. Ja, aber lass Elf nur noch ein bisschen. Oh, Mann, hier ist ein Rucksack, Benni. Die haben eine Angel gemacht. Na gut, kann man doch machen. Ist aber nicht erlaubt, Lohn. Also herzunehmen ist die nicht erlaubt. Ich hab einen Rucksack gefunden, Ben. Ja, ich auch. Der noch komplett leer war. Vielleicht hatten wir nicht, ich weiß nicht. So. Endlich hab ich Platz. Ich hab so viele Rucksäcke. Ich kann mein ganzes Safe mit Rucksäcken voll machen. Ja, hab ich auch schon. Wie viele Kills haben wir denn insgesamt? Das ist noch ein Rucksack. Okay, hier wär noch Schutz 2, Schuhe, Wasserläufer. Ja, brauchen wir nicht. Hier ist noch ein Heiltrank. Schärfe 2, Verbrennung 1. Nochmal 47 Gold. Zuckerrohr auch. Du hast einen Heiltrank weggeschmissen, kann das sein? Ja, aber zum Trinken. What the fuck? Du hast einen Heiltrank weggeschmissen einfach vor? Oh, ich hab noch einen kompletten Backpack. Oh mein Gott. Okay. Ich muss erstmal die Backpacks aussortieren. So, der. Da sind Möhren drin. Smaragd drin. Das brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Wir haben viel zu viel Stuff, ne? Ja, ich hab Golderz. Okay, ich verheizt machen und das ja nie. Aber die Möhre brauch ich im Grunde nicht. Hier, das kann ich raus machen. Dann schmeiß ich den. Willst du einen kleinen Rucksack? Ja, ich hab den ganzen Metafer oder Rucksäcke. Boah, fuck alter. Okay, das ist voll das Ding. Das ist mit der Hand. Ich pack hier noch Stuff rein, der relevant wäre. Die Blindness Errors nehme ich auf jeden Fall, ne? Ihr Redstone braucht keinen Menschen. Und zwei Schuhe. Die Federn nehme ich auf jeden Fall. Ich hab eine raus. Chips 3 Hemm. Hast du irgendwo einen Amboss? Gibt es? Die erste 3 mit Poison brauchen wir nicht. Ja, ich hab anderes raus. Ja, wär nett. So, ich Giga hatte einmal den ganzen Backpack. Oh, jetzt hätt ich auch einen gefunden. Kurz eins, die Giga Hose brauch ich nicht. Acht Level bräuchte ich. Ja, egal. Wir brauchen auf jeden Fall Äpfel noch, man. Ohne Rezept. Stärke 3 Bogen. Brauchen wir den? Ja, wir schaffen eh nicht genug Leveln, bis zusammen zu lösen. So, das kommt auf jeden Fall weg. Eine unverzauberte Teile. Ich hab noch einen Schärfe 4 Verbrennungs 1 Titan Schwert mit gar nichts drauf halt. Ja, aber das bringt uns ja nicht. Oh, ich hab so viel Goldblöcke, Fabo. Ich hab noch einen Schärfe 4 Verbrennungs 1 Schwert mit Blightness sogar. Oh, Ben! Ben! Schärfe 5 Schwert mit Blightness hab ich sogar im Inventar. Aber Verbrennung... Lol, wie OP ist das? Brauchen wir Obsidian? Ja, dann macht's die eine Verbrennungsstufe auch nicht besser, oder? Guck, ne, ich nimm das, Alter. Ja, wenn du... Hey, wenn du ein Schärfe... Was, du hast Schärfe 5? Nimm du mal meins. Meins hat Verbrennung 2. Und auch Schärfe 5. Ja, genau. Das ist genau, was ich hab nur mit Verbrennung 2. Ich hab jetzt Schärfe 5 und Verbrennung 1 halt nur, aber mein Gott. Und dafür halt ein Schärfe mehr. Ähm... Ich hab halt... Enya hat einfach gewone-hitted. Kein Wunder. So Gold... Schützt 3... Ich hab Schatz. Oh man, Bravo, ich hasse mein Leben. Ey, wir haben viel zu viel Stuff. So 2 Boots braucht man ja eigentlich nicht. Ja, dann werden wir eigentlich ausgelockt. Keine Ahnung, wir haben irgendwie unendlich Zeit. Wir haben überhaupt ausgelockt, sag mal. Slash key time. Eine Minute, ja. Jetzt genau, wo wir's sagen. Wollen wir hier ein bisschen weg, so ein bisschen? Ja, warte, ich lieg kurz noch das Redstone hier. Ich hab so viel Gold, weil ich hab so richtig viel Gold. Ich hab auch 3 Stacks Gold noch. Ich hab 4 Stacks, 3,5 Stacks Gold. Was? Allein, 2,5 Stacks Gold. Ja. What the Gosh. Und noch ein bisschen Lias. Eventuell könnten wir noch Tränke machen. Ja, ich hab mehr da was. Ja, warte mal, kannst du mal in der Werkbank placen? Aber, ne, ich schaffen das nicht. Äh, ne, ist egal. Egal. So. Ähm. Ja, unser Inventar ist auf jeden Fall, lass mal ein bisschen Werkfunksplan. Unser Inventar ist fucked as hell. Keine Ahnung, Mann. Ich muss erstmal alles reinmachen hier. Wir haben ja gut gekämpft, aber wir hatten ja anscheinend doch auch guten Staffs. Das war ja. Lass hier stehen bleiben so. Wenn du so ein fettisches Schwert von denen bekommst. Ein Schutz 1-Buch brauche ich nicht. Oh, wie krass das war hier. Boah, das waren jetzt 5 Kills. 5 Kills, ja. Gerade, dass sich mein Just-and-Freaks-App hier irgendwie wieder drauf gehalten haben, weil die hätten wir uns natürlich auch noch gerne geschmackt, ja. Vielleicht beim nächsten Mal, Leute, schauen wir mal. Die Folge war sehr erfolgreich für uns. Lassen wir uns nach unten, wenn ich die Folge war. Checkt Farbe aus, checkt mich aus. Je nachdem, ne. Und wir sehen uns morgen. Haut rein. Tschüss. Ciao.